Hallo? Hallo. Mein Name ist Wiegand, Kripo München. Sind Sie Frau Gabriele Riemann? Nein, Gabriele ist nicht da. Schade. Es wäre aber schon wichtig. Sie kommt heute von einer Reise zurück. Wann? Kommen Sie herein. Sie können einen Kaffee trinken und auf Sie warten. Sie muss bald hier sein. Sie können gleich sagen, es geht mich nichts an, aber... Was wollen Sie von Gabriele? Es geht um Ihre Familie. Ja? Sie hat einen Sohn. Ja. Oliver. Ja. Sie darf ihn nicht sehen. Ihr meint erlaubt es nicht. Warum nicht? Gabriele hat ihren Mann verlassen vor zwei Jahren. Meinetwegen. Ja. Das ist sie. Ich denke, es ist besser, wenn ich es ihr sage. Danke. 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 particularly醒ig bin ich ja hier. Frau Riemann? Guten Tag, mein Name ist Siska. Ich leite die Untersuchungen, dem Mordfall ihres Mannes. Untertitelung des ZDF, 2020